Heyo, hier ist Ronja und die Isi und ich sind seit Ewigkeiten mal wieder hier in Minecraft. Keine Ahnung, ich glaube in einem Jahr oder so. Es tut mir schon mal leid, dass ihr meine Stimme ertragen müsst. Ich bin krank, es tut mir leid. Ja, ich nehme deine Entschuldigung an. Okay, danke schön, dass es mir... Wer soll ich ertragen? Du wirst es ertragen. Sonst kann ich dich einfach ersetzen. Oh, du redest von uns weiter. Heyo, hier ist Ronja und mit dabei ist heute die Isi. Oh yeah. Die ist heute krank. Bin ich jetzt traumatisch, du? Na gut, okay. Niemand muss ja ich sein. Ja, ist fair. Also Freunde, wir haben hier heute eine Spitzhacke, die kann alles meinen und auch richtig coole Blöcke, die angeblich kann die Luft meinen und Wasser und Lava und man kann richtig coole Eitems daraus kraften. Okay. Und deswegen sind wir heute hier. Ich finde es schön, wie du jetzt wirklich einfach mein Intro und alles kommentierst. Danke dafür. Werdeschön, werdeschön, werdeschön. Okay, 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 okay. Pass auf, wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie die Luft meinen können, weil mir... Oh mein Gott, das geht wirklich. Nee, ich, guck mal, 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 guck mal. Man kann keine Luft meinen. Doch, da, ich kann Luft meinen. Ich habe Luft in der Hand. Warte mal, da ist noch eine. Das sind einfach Blöcke. Warte, ich kann die meinen. Luftblöcke, wie machst du das? Halt einfach... Ich bin sechs Luftblöcke. Oh mein Gott, warte, 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 warte. Ich habe hier ein Crafting Table. Lass uns mal schauen, was man aus Luftblöcken zaubern kann. Ähm, Luft. Ob wir einfach Luft meinen? Wir brauchen nämlich für Luft. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß gar nicht, was man aus Luft machen kann, aber es gibt bestimmt ein Rezept für Luft. Oh mein Gott, Luftschwert. Wir brauchen einen Stock. Hast du zufälligerweise Holz oder, oder baue kurz einen Baum ab? No way, ein Luftschwert? Aha. Das klingt ja so schön. Lass mal hier einen Baum abbauen. Und dann können wir einen Schwert kraften. Einen Kraften? So, lass mich mal hier... Ja, wir kraften ein Schwert. Hier. Okay. Würde ich schön zwei Stöcker für dich. Wobei, du brauchst nur einen eigentlich. Ist egal, ich gebe uns beiden ein Luftschwert. Luftschwert. Ich habe schon. Oh, du hast es schon. Ich habe ein Luftschwert. Ich muss gleich mal austesten. Warte, was? Nein! Oh, guck mal, was für ein Fransch das hat. Oh mein Gott, was ist das noch weg? Stell dich mal auf eine Ebene. Stell dich mal auf eine Ebene. Schlag mal. Oh! Yeah! Alter! Wie cool ist das denn... Oh! Easy, nein! Komm zurück! Bin wieder wieder da! Kein Problem. Okay, okay, das Luftschwert ist auf jeden Fall schon mal... Warte, was können wir noch meinen? Ähm, was sind Blöcke, die man normalerweise nicht meinen kann? Äh, äh, Wasser, oder? Wasser. Da unten ist Wasser. Hier ist Wasser. Wie kann ich hier gehen? Perfekt. Dann lass uns mal schauen. Glaubst du, wie man Wasser meinen kann? Kann man? Oh mein Gott, man kann, glaube ich, wirklich Wasser meinen, oder? Warte, noch macht er nichts. Oh, doch! Wann ist ja bei dir Wasser? Ich hab nur Wasser. Du hast recht! Kann man auch fließendes Wasser meinen, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wir werden sehen. Ich brauche auf jeden Fall gleich was zu essen. Ich habe voll viel Schaden gekriegt. Oh nein! Vielleicht müssen wir gleich mal einen Apfel ernten oder eine Karotte oder sowas aus dem Villager-Dorf. Ich bin mir nicht sicher, was man halt machen kann. Wir müssen gucken. Oh, ich habe aus Versehen, glaube ich, nochmal Luft abgebaut. Hoppala. Eine Wasserachse geht nicht. Wie kann ich denn gucken, was ich mit Wasser mache? Ich drop dir mal mein Wasser. Du kannst ja mal was... Ich gucke mal, was es für Rezepte gibt, die mir hier angezeigt werden. An der... Oh, Wasserschuhe! Echt? Was denkst du, was machen Wasserschuhe? Kannst du noch drei Wasser abbauen, dann kann ich dir auch ein paar Wasserschuhe machen. Uh, danke. Ich habe schon mal ein bisschen... Noch drei Wasser brauchst du? Drei Wasser brauche ich, genau. Okay, das wird erledigt. Okay, ich habe jetzt Wasserschuhe angezogen. Die sehen auf jeden Fall mittelmäßig schick aus, werde ich ganz ehrlich sein. Ich habe schon schönere Schuhe angehabt. Oh, ich finde, wie passen Sie zu deinem Spiel? Pass auf, die sind sicher, wie wenn du auf Wasser runterspringst, dass du dann keinen Schaden kriegst. Dass du diese Wasser-Emelgees machen kannst, aber du hast die Schuhe automatisch an. Was geht denn noch, Ronja? Ich bin mir sicher. Wir müssen sie rausfinden. Ich bin Wasserhose. Ja, wo sehe ich denn das? Bei Rezepten, bei Rezepten. Warte, warte. Also das Einzige, was mir angezeigt wird, sind was das Schuhe. Ah, ja, hier steht es auch. Big Boy MLG Boots. Dann sind das garantiert, dass man runterspringen kann und keinen Fallschaden kriegt. Okay, okay, warte, warte, warte. Ich sehe hier noch andere Items. Es gibt ein... Warte, dann muss ich dich mal kurz hochschlagen. Au. Kannst du mal springen oder so? Dann kann ich dich mit dem Lumpenschwert hochschlagen. Kannst du mich in die Richtung schlagen? Auf den Crafting-Table draufstellen. Okay, und spring. Uh-ha. Okay, und jetzt guck mal, ob du Fallschaden kriegst. Oh nein, ich will keinen. Als ob du keinen Fallschaden kriegst. Warte, ich spring. Ah, ich muss gar nicht ins Wasser springen. Ich spring ja immer ins Wasser. Okay, warte, warte, ich wollte gucken. Äh, wir haben einen Bogen aus Wolken. Echt jetzt? Äh, hoch. Das heißt, wir müssen irgendwie Wolken abbauen. Okay, ich baue mich schon hoch. Okay, ich sehe schon. Äh, willst du Holz an? Äh, ja, wäre lieb. Cool, danke. Ein bisschen Holz hier. Ich weiß nicht, ob das reicht, um mich hochzubauen, aber ich werde es versuchen. Ich werde mein Bestes gehen. Oh, ihr habt ja noch mehr gedroppt. Und ja. Oh, Entschuldigung. In den Sommerbön hast du dann das ganze Holz abgebaut? Alles schon gefarmt hier, bevor du auf den Server gekommen bist. Ah, gut vorbereitet, wie ich sehe. Die Wolken sind noch ein bisschen weiter oben. Das heißt, ich muss mich hier noch eine Schnuppe hochbauen. Ich bringe mir hier eine kleine Plattform rüber. Das wird richtig schick. Dann, wenn wir jetzt von... Wie weit hoch willst du denn noch? Sag mal. Ja, halt zu den Wolken. Von den Wolken. Ja, so kannst du keine Wolken abbauen, wenn du nicht bei den Wolken bist. Ah, ich bin runtergefallen. Nein. Zum Glück kannst du die Wasserboot sagen. Ja, zum Glück. Glaubst du wirklich, wir können die abbauen? Das wäre so cool. Aber das Ding ist, die fliegt doch immer weiter weg. Nein, Wolke, komm zurück. Geht das? Warte, warte, ich kann sie abbauen. Ich kann sie abbauen. Kein Mist. Ich kann sie wirklich abbauen. Ja, ja, da unten, da unten. Okay, okay, es fällt aber runter. Die Wolken fallen. Natürlich fallen die Wolken, selbstverständlich. Warte, ich spring runter und ich sammle die Wolken ein. Okay, sammle du eigentlich mal ab. Okay, warte, die Wolken sind weg. Wirf mal nochmal ein Heu runter. Ah, nee, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ich baue doch so viel ab. Oh, warte, nee, das ist Luft. Baue ich Luft ab? Ja, aber du hast Luft abgebaut. Nein, ich wollte Wolken, aber sind Wolken nicht Luft? Wolken sind aus Luft, aber es geht irgendwas, was man aus Wolken bauen kann. Oh, hier ist ein Apfel. Okay, ich glaube, ich habe jetzt eine Wolke abgebaut, Ronja. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Die fällt runter, kannst du sie bitte aufheben? Äh, selbstverständlich. Äh, wo würde sie hinfragen? Oh, danke. So, ich kann mal jetzt mal runter hier. Das ist wahrscheinlich ein klasses Problem. Da le- nee, das ist doch eine Wolke, Ronja. Hier, die fliegt. Hä? Du guckst ja auch nicht richtig. Habe ich die falschen Sachen eingesammelt? Das ist die falsche, die ist Luft. Ach so. Okay, aber ich habe drei Wolken. Wir müssen nochmal auf das Ding hier. Warte, warte, ich mache jetzt erstmal einen neuen Crafting Table, weil ich habe meinen verloren. Oh ja, das kann ja mal passieren. Es passiert den besten. Hier oben ist noch eine Wolke. Pass das hier jetzt auch noch ab. Hier sind überall Wolken. Ja klar, sind überall Wolken. Mr. Tintenfisch, hättest du auch gern ein paar Wasserschuhe? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er richtig neidisch auf uns, wie wir hier rumlaufen. Hier ist noch eine Wolke. Hier ist noch eine Wolke, Ronja. Ja, da oben ist auch noch eine Wolke. Oh Mann, oh Mann. Es tut mir leid, es war alles meine Schuld. Hier auch noch Wolken. Was, du denn, wie lange hast du denn Wolken abgebaut? Sag mal. Mann, Mann, Mann. Ja, das ging schnell. Okay, was kann man jetzt machen? Okay, man kann einen Bogen machen. Das heißt, wir brauchen auch noch ein paar Strings. Fäden auch genannt, wie man es im Deutschen nennt. Ich habe meinen Minecraft jetzt vor kurzem auf Deutsch gesetzt. Oh no. Was heißt, wir müssen Verspinnen töten? Was ist denn hier los? Nein. Oh, hier ist Lava. Hier ist so ein Lavasee. Warte, 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 warte. Lass mich mal gucken, ob ich Lava abbauen kann. Echt? Äh, ich glaube, ich kann. Ich kriege die Animation auf jeden Fall. Ah, nein, meine Lava ist verbrannt. Meine Lava ist verbrannt. Au, 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 au. Kannst du das verraten? Äh, ja, warte, 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 warte. Ich habe mich. Ich finde es ein bisschen unfair, dass ich brennen kann, wenn ich noch Wasserschuhe anhabe. Ich muss kurz mal mich löschen gehen. Ah, das war knapp. Oh, das war super knapp. Ich glaube, du machst das cleverer als ich. Äh, naja, geht so. Ah, ich denke schon. Warte, kann ich die hier abbauen oder kriege ich denn wieder Luft? Ja, die Luft, die... Au, nein, meine Lava verbrennt die ganze Zeit. Ja, ich habe eine Lava. Hier ist eine. Okay, warte, hier ist noch eine. Noch eine. Perfekt. Zwei Lava, hier würde schön. Äh, danke schön, danke schön. Was können wir denn aus Lava machen? Ich brauche uns mal wieder einen neuen Crafting Table. Ich habe meinen verloren. Naja, was will ich mir machen? Zwei Lava. Was machst du immer mit deinen Crafting Table? Ich weiß nicht, ich verliere die immer. Oh, na toll. Oh, wir brauchen sechs Lavas. Dann können wir uns ein Lava-Schild machen. Oha. Damit können wir bestimmt auch besser gegen die Spinnen kämpfen, wenn wir die gleich finden. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich brauche hier mal noch ein bisschen Lava ab mit meinem kleinen Machina. Hier ist ein Lava-Schild. Ich werde das mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ey, Izzy, komm mal her. Ja, ja, Ronja, komm mal her hier. Nee, komm nur mal her. Ich will mal testen. Nee, 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 ach, komm mal her. Komm mal her, ich will umarmt werden. Komm mal her, Bier. Ja, ja, aber... Au! Du musst mich hier schlagen. Oh, nein. Aus dem Glück habe ich Alte am Sankt... Hattest du nur ein Herz? Schlag mich mal. Ähm, Marini, schlag du mich nochmal. Wenn ich mir ein Schild vormache. Oh, mein Gott, ich brenne! Oh, du brennst du! Ich brenne! Du darfst mich nicht mehr terrorisieren. Beteilbar so ein Ding. Alter, was war das für ein Herz? Oh, okay, okay. Nicht schlecht. Das Lavaschild verbrennt. Das Luftschwert schlägt. Nach oben. Au. Goodbye. Bye. Ich habe eine Höhle gefunden. Ronja, willst du reinkommen? Uh-uh. Guck mal, hier ist eine Höhle. Guck du mal in die Richtung. Okay. Ich muss mal nach hier. Oh, hier ist dunkel. Aber ich hier vielleicht eine Spinne finde. Spinne! Nee, hier ist Wasser. Ich sehe irgendwas anderes, außer absoluter Dunkelheit und Faurigkeit. Wasser, Wasser, Wasser. Ich glaube, ich habe Spinnen gefunden. Oh, hast du? Perfekt. Ja. Natürlich, ich sehe deinen Namen. Hilfe! Ah! Hilfe! Ronja, hilf mir! Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist dein Lavaschild. Mein Lavaschild. Stimmt, mein Lavaschild. Äh, warte. Hier, Spinne. Du kannst mir gar nichts. Äh, ich kann mich gar nicht schlagen. Ähm, warum krabbeln die? Achso, nee, in der Kessel immer als Spinnen sind. Flieg. Ein Faden. Ich habe auch zwei Fäden. Perfekt. Ich auch. Und? Let's go. Ich habe drei Fäden. Und du? Okay, ich habe zwei, aber das sollte reichen. Okay, dann können wir nämlich hier gleich den Bogen machen. Ich mache uns mal wieder einen neuen Crafting Table. Mach mal einen neuen Crafting Table. Ich habe meinen nämlich verloren. Ähm, so. Du hast Wolken und du hast Fäden. Das heißt, du musst den Bogen machen. Zack, bitteschön. Uh. Oh, warte, wir brauchen sicher auch, ähm, eine Pfeile. Ah, guck mal, da hinten ist unser Spot. Sieht sehr schön aus. Mit den Treffen, die du da hochgebaut hast. Oh Mann. Ästhetisch. Sag mal, wo kriegen wir Pfeile her? Strukture. Ah, okay, dann müssen wir schon wieder in die Höhle. Ja, okay, geh du mal in die Höhle. Ich suche mir mal kurz, ob ich irgendwo noch ein paar Bären finde, weil ich bin schon wieder am Verhungern. Wie immer. Essen, wo bist du? Ich möchte kein Schweinchen töten. Ich möchte Narft, Beeren und Äpfel. Wir werden gleich herausfinden, was der Bogen kann. Es tut mir leid. Jetzt schon im Vorhinein. Vielleicht werde ich auf Easy schießen. Ähm. Was, Entschuldigung? Warte mal, was? Ich besorge hier gerade Pfeile, hallo? Ja, wir müssen hier testen, was funktioniert. Ja, 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 ja. Kommen Sie mal her hier. Äh, ja. Du bist Ronja. Ich habe nämlich was Schönes gefunden. Ich habe Knochen gefunden. Oh, du hast Knochen gefunden? Hinter dir. Hinter dir. Hi. Ja, hier, falls du einen Wolf ziehen willst. Und ich habe auch vier Pfeile. Uh, perfekt. Dann, ähm, lass uns mal schauen. Nein! Hast du noch was angezündet? Was? Hat das geblitzt? Warte, warte, warte. Das war das Gewitter. Ähm, ich schieße mal auf. Nein, bitte nicht. Nein! Das Schafen ist auf den Weg gelaufen! Nein! Es tut mir so leid. Warte, 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 warte. Scharf, Alter. Für Fairness. Für Fairness! Oh. Pfff. Warum schwebe ich denn jetzt auf einmal hin? Ich weiß es nicht. Nein! Ich sterbe an Feindern. Nein, du hast die Schuhe an. Du hast die Schuhe an. Da kann nichts passieren. Ich fliege auf deinen Kopf, hallo. Warte, gibt es noch mehr Effekte? Willst du auch mal versuchen zu fliegen? Au! Sag mal, wolltest du mich einfrieren? Warte mal, die haben unterschiedliche Effekte, oder? Nein! Ich fliege auch. Das ist random. Das ist random. Okay, warte, wir haben den Blitz. Wir haben das Einfrieren und wir haben Fliegen. Ja, ja. Okay, okay. Mal runter? Dankeschön. Das macht Sinn, das sind alles Sachen, die die Wolken machen können. Ja, das stimmt eigentlich. Oh, ich habe mich selber im Konz getroffen. Verdient! Oh, dann bin ich schon wieder. Okay, okay, okay. So verdient! Ich muss den Pfeil erst mal feil sein. Hier, das brauche ich erst mal nicht. Gibt es noch Sachen, wie wir meinen können eigentlich? Garantiert. Okay, was kann man denn normalerweise nicht meinen? Bedrock. Bedrock. Ja, logischerweise Bedrock. Ja. Okay. Unter eine Bedrock. Auf, auf, nach unten. Warte ich erst mal wieder auf die... tiefere Ebene, damit ich nicht so lange bauen muss. Zack. Das schnell. Oh, es geht. Ich muss mich nur hier einmal kurz durchbauen. Zack, zack, zack. Er meint auch schnell. Das finde ich gut. Oh, ich habe eine Idee. Aber wenn wir jetzt Bedrock gefarmt haben, hast du schon mal Netherport abgebaut? Also das, das, das lila ne da drin. Das geht doch sicher auch. Ich weiß es nicht. Wir können es nicht ausprobieren. Soll ich versuchen, ob wir hierher kommen? Alles zu besorgen? Ja, genau. Mach du dich mal an den Port, weil ich mache mich hier an die Bedrock-Situation. Das ist leider ein sehr eintöniges Unterfangen. Ich baue mich hier einfach nur runter. Ich muss das alles wieder hoch. Oh nein. Wie lange braucht man denn bis zum Bedrock? Oh mein Gott, warte mal. Ich bin beim Bedrock. Ich kann den abbauen. Ich kann den wirklich abbauen. Er zackt. Aha. Oh mein Gott. Warte mal, ich baue mal ein bisschen mehr ab. Nicht, dass wir irgendwie nachher nichts craften können. Oh, aber es ist so dunkel. Wieso ist es auf einmal dunkel geworden? Hallo. Oh, äh, hi. Sorry, es ist ein bisschen dunkel hier unten. Wie kann man denn hier Bedrock abbauen? Ich weiß auch nicht. Vor allem, ich bin so entspannt, was wir damit machen. Nee, das ist kein Bedrock, glaube ich gerade. Doch, 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 es gibt auch Bedrock. Ah. Ich habe zwei Bedrocks abgebaut. Ich habe, okay, warte, ich habe jetzt genug. Ich habe jetzt sechs Bedrock abgebaut. Und ist das genug? Wie viel kann, oder was craften wir denn davon? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe natürlich wieder kein, äh, Crafting-Table hier bereit. Oh nein, Ronja. Warte, ich habe, ich habe Holz dabei. Soll ich, äh, Crafting-Table? Oh ja, ja, ja. Mach uns ein Crafting-Table, dann können wir hier unten bleiben. Dann gucken wir mal. Da hinten steht er. Ähm, wo? Ach, hier. Ehh. Lass mich durch. So. Wir können. Bedrock. Bedrock-Pickaxe. Probieren wir das nochmal aus, oder? Ich denke auch. So. Ich bin mir nicht sicher, was die besseres kann als die normale Pickaxe, aber kein Ding. So. Zack, 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 zack. Und. Ich glaube, die kann aber kein Bedrock abgebaut. Ich glaube, ich, 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 ich habe hier gerade ein bisschen gestruggelt. Ähm, hier, das ist ein normaler Stein. Aber da passiert nichts. Die baut einfach normal ab, oder? Was? Nein! Nein! Ronja! Wir sind aus der Welt gefallen. Die baut einfach den Jump Cup oder sowas. Warum? Was hat die gemacht? Ich habe, die hat... Warte, was steht dabei? Störe die Welt. Na gut. Das heißt, die baut einfach... Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ah! Easy. Alles, alles. Oh mein Hilfe. Wo bist du? Oh! Unter dir! Okay, tschüss. Ah! Machst du die ganzen Chunks ab, oder? Ey, dann gucken wir mal, wie viele XP wir hier haben. Okay. Okay. Machst du das für mich? Wir baut ja nur Black Carp. Ja, du musst mit der rechten Maus das mitwicken. Oh! Ist schon wieder alles so dunkel. Oh oh. Ich wünsche, wir hätten Licht. Gott, die dunkel Juden. Ah, ha, ha. Lass mich hoch. Hilfe. Ich muss hochschwimmen. Aber wie schnell man damit Sachen farmen kann. Ja, wir können hier am Anten alles machen. Wie cool ist das denn? Ist das heftig. Okay. Nee, ja, die coole Pickaxe. Oh! Wieder ein Chunk weg. Perfekt. Und so viele Level auf einmal. Okay, das ist richtig krass, Ronja. Wieder in die Oberfläche gehen, weil ich sehe hier unten nichts. Schau dich! Was ist das? Wir machen die ganze Welt kaputt. Wir müssen nach oben, Ronja, nicht nach unten. Es tut mir leid. Okay, okay, wir gehen wieder hoch, wir gehen wieder hoch. Ich baue hier einen Weg einfach hoch. Okay, wir können, wir haben Bedrock. Wir haben Wolken. Wir haben Lava, wir haben Wasser. Das Portal, Ronja. Das Portal! Ja. Hast du schon ein Portal gebaut? Oh ja, ist alles schon fertig. Ui, richtig vorbereitet und so. Okay. Wir sind ja jetzt irgendwo anders. Ja, wir haben uns ein bisschen zerbaut. Portal, wo bist du? Ah, da sind wir. Okay, ich weiß, was es ist. Komm mit. Ah ja, hier ist ja unsere kleine Struktur, die wir erschaffen haben. Oh, hast du ein Feuerzeug? Das will ich erklären. Ich habe ein Feuerzeug gecraftet und ich überlasse dir die Ehre, das anzuzünden. Oh, danke schön. Oh yeah. Okay, okay. Ich habe, mein Feuerzeug ist bereit. Zack, wir sind das Ding an. Alles ganz normal. Und jetzt? Und das geht. Das geht! Wir können diese Lieder Blöcke abbauen! Alter. Ist das krank? Guck mal! Warte, wir haben ein Nether-Portal und da... Ey, wir können das einfach placen. Warte mal. Ich glaube, das will mich porten. Ah! Ähm, warte, placen wir noch einen Block, ob wir uns irgendwie da hin und her tipien können. Wie komisch das aussieht ohne die ganzen Blöcke. Ah! Du kommst in den anderen Block rein! Ernsthaft? Wir können quick travelen! Wee! Oh mein Gott, misschwindet dich, Ronja. Ich muss das wegmachen. Ah, ich muss das wegmachen! Aber können wir daraus was craften? Ich gucke gerade mal nach. Ähm, wir können... Aus irgendeinem Grund haben wir gerade einen Command-Block angezeigt. Wir können einen Command-Block craften. Echt? Ja, dafür brauchen wir nur Nether-Rack, den Command-Block und vier Diamanten. Und das Nether-Portal halt. Ach, tatsächlich? Mhm. Normalerweise kann man keine Command-Blocks craften, oder? Nee, normalerweise nicht. Die gibt man sich nur. Ja, ja. Ist ja krank. Okay, dann gehe ich mal kurz in den Nether und hole ein bisschen Nether-Rack. Geht das noch? Ist das total noch funktionsfähig? Komm! Bring mal ein paar Diamanten. Nee, du hast sicher welche, oder? Von dem ganzen Chunk-Mining, das wir betrieben haben. Ja, ich habe Dias. Okay, sehr gut. Was wir brauchen? Hier, Command-Block. Aber, was bringt er uns? Vielleicht können wir den abbauen, oder sowas. Normalerweise kann man keine Command-Blocks abbauen, meine ich. Vielleicht ist das hier ein intricate Ding, von wegen, wir können was craften, was wir dann abbauen können. Und dann können wir daraus ein neues craften. Was, wer will? Wer will da? Hallo, willkommen zurück. Okay, also ich habe Dias, hier vier Stück. Perfekt. Äh, Nether-Rack brauchtest du. Nether-Rack? Und einen Nether-Block hast du, oder? Einen Nether-Block habe ich, habe ich. Okay, wir machen hier den Command-Block. Ihr könnt doch nicht Zeit tragen. Oh, du hast schon, okay. Man kann ihn craften, aber man kann ihn nicht befehligen. Nein, aber vielleicht können wir ihn abbauen. Und dann kriegen wir einen Command-Block. Warte, neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Ernsthaft? Ja, 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 pass auf. Okay. Oh, das ist verrückt hier. Ganz, ganz verrückt. Wir können einen Command-Block hell machen. Dafür brauchen wir nur vier Eisen und einen Command-Block. Ja. Ich droppe dir mal den Command-Block. Den musst du in die Mitte machen, halt einfach wie ein Hut. Okay, lass mich mal kurz gucken. Ich muss es kurz einmal schmelzen. Hier ist ein Ofen. Ah, okay, okay, warte. Hier ist das Eisen und hier ist ein bisschen Kohle. Ich habe so viel Kram in meinem Inventar. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Wo ist es denn? Hier, Roheisen erhalte ich selber auch, weil ich jetzt tatsächlich. Na gut. Command-Block, wir brauchen fünf Eisen pro Person. Ja. Oh Gott, das dauert ja ewig. Jo, ist doch schon fertig. Oh. Ah, ich habe es schon auf. Der sieht cool aus. Eisen, Eisen, Eisen. Oh mein Gott. Sechs Stück. Oh mein Gott. Perfekt. Kann der was? Weißt du, was das Ding macht? Man kann den GIF-Command machen. Oh. Setz mal auf. Ja. Du kannst den GIF-Command jetzt eingeben. Einfach slash GIF. Warte, ich kann mir alles geben. Ja, kannst du. Ich gebe mir Diamanten. Ich habe jetzt einfach 64 Diamanten. Warte, wie oft darf man das machen? Der Helm geht kaputt. Dreimal stand doch da. Dreimal. Oh, ich habe meinen Chat aus, deswegen sehe ich es nicht. So, dreimal. Okay. Okay, okay, okay. Wird es ja 64 Diamantblöcke geben können, Ron? Ja. Ich bin Idiot. Aber kann ich immer noch. Das war viel besser. Warte, 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 warte. Das brauchen wir noch. Ähm, wir haben Diamanten. Wir haben, ähm, was kann man denn noch gut gebrauchen? Äh, vielleicht Enderperlen. Die sind schwer zu farmen. Die meinen Anything. Command Cap. Jetzt haben wir einfach mehr von denen. Du bist einer von denen. Wo du gesagt kriegst, du hast drei Wünsche. Und dann ist dein erster Wunsch. Ich wünsche mir tausend neue Wünsche. Das geklappt, Alter. Wie gut. Oh mein Gott. Das ist eine clevere Strategie. Kann ich, äh, nicht explizieren. Okay. Perfekt. Ich mache die mal alle hier rein. Jetzt haben wir unendlich Sachen. Aber wir können gucken, ob es noch irgendwas anderes gibt, was wir meinen müssen. Okay, okay. Weil das Ding ist, ähm, was mir noch einfallen würde, was man nicht abbauen kann, sind diese, ähm, diese Enderdinger bei dem Portal. Weißt du, was ich meine? Die außenrum sind. Beim, äh, Endportal? Ja, 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 genau. Uh, stimmt. Die kann man normalerweise nicht machen. Ja, stimmt. Wollen wir da hin? Äh, könnten wir, könnten wir. Richtig, Ronja, Minecraft. Warte kurz. Warte, ich mache mir kurz mal ein bisschen die Errüstung. Elytra. Hier ist deine Elytra. Uh, danke schön. Oh, mein Helm ist kaputt gegangen. Das ist ja doof jetzt. Oh nein. Ohne Helm. Was machst du jetzt? Was brauchen wir jetzt, Ronja? Wir brauchen Minecraft, äh, verzaubertes Buch. Oh, okay. Oder ein Enchantment Table vielleicht. Oh, ich denke, warum nicht beides? Wer will uns aufhalten? Unsere 65.000 Command-Kampfen? Ich denke nicht. Das ist wirklich eine clevere Strategie. Ähm, ich mache mir trotzdem jetzt die Errüstung. Oh, warte mal. Ich kann uns doch einfach was geben. Ähm, theoretisch. Ähm, oh, oh, ja, du hast recht. Ja, wir müssen, wir müssen die gar nicht. Okay, warte mal. Ich baue die jetzt. Ja. Und jetzt können wir es abbauen. Können wir theoretisch abbauen, oder? Oh ja, wir bauen es ab. Jetzt werden wir das wahrscheinlich auch kriegen, oder? Ah ja, ich meine, wir hatten es davor auch schon. Vielleicht kann man damit was craften. Guck mal, ob du ein Rezept gekriegt hast. Oh, Endsummoner. Endsummoner? Nee, warte, wir brauchen nur noch mehr von denen. Ich habe, ich habe ganz viel, du hast mir welche gegeben. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, oh ja, Endsummoner. Oh. Mal gucken, was der Endsummoner macht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Oh, und? Oh, muss ich gar nicht mehr fliegen? Ah. Ernsthaft? Nein. Stopp, komm zurück, Drache. Nein, ich bin in der Wand. Stopp, lass mich in Frieden. Ich will auch noch. Hilfe. Komm her, hier. Oh mein Gott. Der hat mir nie die Wand. Da, wie geht's? Let's go. End der Drache. Nein. 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 Wuhu. Ha ha ha. Die lassen sich so schlecht fliegen, die Viecher. Guck mal, wie aggressiv der ist. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Viecher. Ja, mein wache Enderdrache, der macht jetzt die ganze Welt kaputt. Ja, kann man nicht so machen. Ja, der freundet sich vielleicht mit meinem Enderdrache an. Die sind da so ein bisschen am Weim im Wasser. Die sind auch sau laut, Ronja. Die sind extrem laut. Geht weg. Geht weg. Wir müssen abhauen. Ich glaube, wir haben hier keine Wahl. Wir müssen fliehen. Nee. Renn, easy, renn. Oh, hier ist auch schon viel friedlicher mit den Bienen und nicht mit den blöden Enderdrachen, die alles zerstören. Du kleine Biene. Ich werde dich nicht abbauen. Wir sind Freunde. Ähm, was machst du denn da? Warte mal, warte mal, warte mal. Hast du Luft gebaut? Versuch mal das zu meinen. Was ist das? Ich hab mir die gegeben. Ah, mit diesem... Warte, ich kann die auch nicht meinen. Wir müssen die Spitzhacke upgraden. Was? Ja, zu Diamanten. Äh? Achso, ich hab meinen Chat aus, deswegen seh ich nichts. Äh, warte, ich baue uns mal wieder einen Crafting Table. Kein Ding. Ist schon da, ist schon da. Ist schon bereit, okay. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man die upgradet. Äh, einfach die Spitzhacke und einen Diamant dazu, vielleicht. Okay. Und viele Diamanten drumrum, vielleicht. Irgendwas? Okay. Wie upgraden wir dich? Enchantment Table, irgendwas? Ich hab einen Schmiedetisch und theoretisch... Ähm... Anything Minor Plus, es geht! Oh, es geht! Es geht hier in einem Dia. Ich mach mal einen auch. Einfach nur upgraden. Upgraden. Anything Minor Plus. Okay, und damit kann ich jetzt diese... Die Dinger abbauen? Jetzt können wir das abbauen. Ja! Hat geklappt, hat geklappt. Und was machen die? Was kann ich mir damit machen? Maria, blöcke! Die sehen richtig weird aus. Warum sind die so blockig? Nein, ich kenn die nicht. Echt? Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die einsammle, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie fallen die einfach so ein bisschen ins Nichts. Aber die kommen nicht in mein Inventar. Achso, ich hab die alle eigen. Ach, du hast die alle eigen. Ja, das ist ja gut. Ähm... Wie viele brauchen wir davon? Was können wir davon craften? Wir können davon craften. Ich hab keine eingesammelt, deswegen sehe ich das Rezept nicht. Guck mal auf dem Crafting Table. Ah, was soll ich sagen? Warte, ich drop dir die alle mal. Bist du da? Ich bin hier. Hier, schön, nimm's mal. Ah, warte, mein Inventar ist voll. Ähm, das brauche ich alles. Deswegen kannst du sie auch nicht einsammeln. Ja, ja, daran liegt's. Oh, okay, wir haben eine Barrier Chestplate. Das heißt, wir brauchen acht Stück. Ah, nee, sieben Stück. Alter. Okay, ich zieh die mal an. Gibt's dir die für eine Barrier Chestplate? So, uh. Äh, und was macht die jetzt? Hallo, Barrier Chestplate. Hold Shift für drei Sekunden, um zu aktivieren. Okay, ich halte Shift. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Oh. Warte. No way. Ich weiß nicht, wie wir funktionieren. Ich glaube, eine geht nicht. Wieso geht deine? Was macht deine? Wo bist du hin? Ich bin im Game Mode 3. Ich kann einfach unsichtbar rumfliegen. Bist du im Game Mode 3? Warum geht das mir nicht? Ja, wieso geht das nicht? Du musst einfach nur sneaken. Ich sneake. Oh. Um dich zu bewegen. Ja, siehst du. Ah, da unten ist der Drache. Ah. Nein, 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 nein. Ich bin wieder kaputt. Ich bin in der Erde. Lass mich. Komm, das ist nicht dein Ernst. Das passiert die ganze Zeit. Warte, wenn ich mich wieder sneake. Kann ich da wieder hochfliegen? Ja. Ähm, kein Problem. Ah. Oh mein Gott, das ist so klanky. Nein, was machst du hier schon wieder? Eins, zwei, drei. Ah, mein Gott. So, ich glaube, das war es. Aber ich wüsste nicht, was wir sonst noch abbauen können. Wir sehen ein bisschen weh aus. Okay, ich finde es schade, dass es keine Hose gab. Ähm, aber ich... Wir haben alles abgebaut, was man normalerweise nicht abbauen kann in Minecraft. Ich hoffe, meine Stimme war erträglich. Es tut mir sehr leid. Nächste Folge rede ich wieder normal. Ähm, falls euch gefallen hat, dann ist gerne ein Daumen hoch da. Und, ähm, schreibt gerne einen Kommentar, was ihr am liebsten abgebaut hättet. Oder was euer Lieblings-Item ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.